Was macht denn ihr hier? Du, ich glaub, wir müssen mal reden. Oh, wir müssen mal reden. Ja, das weiß ich ja, wohin das geführt hat in der Vergangenheit. Dreimal. Ja, da kommt rein. Wollt ihr einen Kaffee? Schwarz wie eure Seelen. Ganz ehrlich, ich mein, ihr taucht hier auf nach, keine Ahnung, fünf Jahren. Was wollt ihr überhaupt? Also wir, wir wollen ein Netflix-Passwort. Ihr, was? Ihr, ihr, ihr wollt mein Netflix-Passwort? Ja, natürlich. Ja, das ist vor fünf Minuten geändert. Ich war gerade bei meiner neuen Story of Things-Folge. Ja, ich auch. Weißt du was, Haus des Geldes, zwei Folgen noch, weißt du wie scheiße das ist? Okay, schau, schau, ich gebe euch mein scheiß Netflix-Passwort nicht. Ich mein, was stimmt nicht mit euch? Ganz ehrlich. Ich mein, ihr kommt nach fünf Jahren wieder und, ja, du hast über WhatsApp Schluss gemacht und du, du hast mit meinem Bruder geschlafen. Ich mein, ich meine... Das war doch nur zweimal. Die letzten Menschen auf der ganzen Welt, denen ich mein Netflix-Passwort geben würde, das seid ihr. Ich meine, ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020